Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play Watch Dogs. Ja, wir schauen, was die Story noch so für uns bereithält. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass wir es tatsächlich bald geschafft haben, das Game durchzuspielen. Ich gehe nicht nur davon aus, ich bin mir sogar sehr sicher. Ich glaube, ab diesem Moment darf man sich auch sicher sein, aber ich weiß es noch nicht. Und von daher will ich keine falschen Schlüsse ziehen und wir warten mal ab, was passiert. So, ich glaube, erstmal müssen wir da rein, so wie es aussieht. Ja, ne? Ich glaube, ja. Wenn ich mich nicht irre. Genau, wunderbar. Ha, das Spiel ist schon geil. Also es packt mich ein bisschen. Vor allen Dingen die Storyline, die ist so geil. Aber ich glaube, das kennen wir schon, oder? Genau, da waren wir ja stehen geblieben. Wir suchen seinen letzten Aufenthaltsort und sehen weiter. Er ist seit einem Jahr weg. Da gibt es noch eine Spur? Ja. Er hat seine Spuren sehr gut verwischt, aber er ist mehrmals durch einen Standort gebaust. Wir verfolgen es zurück und finden den Ort? Theoretisch, ja. Du musst den Ort erreichen und mich mit dem Computer verbinden. Dann starte ich die Suche aus dem Bunker. Und wir haben Kenny. Mit viel Glück haben wir Kenny dann. Auf geht's, würde ich sagen. So. Das dauert immer so lange. Die Szenen hätten sie echt rauslassen können. Vielleicht schon eine Überblendung benutzen oder so. Wäre ja auch noch eine Idee. Aber nein, es muss sowas Spezielles sein, ne? Wo längst? Da ist es. Wunderschön. Auf geht's. Suchen wir Kenny und ich hoffe, den finden wir auch relativ schnell. Es ist wirklich bemerkenswert, wie lange Daten in echt tatsächlich vorhanden bleiben. Wenn wir Kenny aufspüren, musst du vorsichtig sein. Er ist ein sehr gefährlicher Mann. Gefährlich, ja. Und seine Geschichte? Er ist ein Bloom-Whistleblower. Oder ein Cyber-Terrorist. Je nachdem, wen man fragt. Er übermittelte seine Nachricht mit einem Stromausfall im Staat New York. Ich erinnere mich. 2003. Nicht nur New York, das war fast der ganze Nordosten. Es kamen auch ein paar ums Leben. Er tötete elf Menschen. Sie nannten es ein Software-Fehler. Und was war seine Nachricht? Kenny versuchte alle zu warmen. Er traute niemandem bei Bloom intern. Aber ich glaube nicht, dass er mit Toten rechnete. Jetzt versteckt er sich. Und wir sind dabei, ihn zu finden. Sein Zielort ist der Endpunkt von Raymonds letztem Signal. Und Hacker, verstecken Ihre Standorte, indem Sie Ihre Pakete durch Botnetz ruten. Ja, ist ein guter Trick, habe ich schon mal gemacht. Wahrscheinlich leitet er sein Signal um den halben Gloros. Wenn das Signal in China oder sonst wo in der Welt endet, haben wir ein Problem. Nein, er ist hier. Egal, ob er untergetaucht ist. Na, mal abwarten. Er hat für Bloom gearbeitet. Und irgendetwas sagt mir, dass er in der Nähe bleiben wird. Vielleicht. Aber wenn er sich in Chicago auffällt, warum war es so ruhig um ihn? Er ist nicht der Typ, der abwartet und Tee trinkt. Er hat Menschen auf dem Gewissen. Es ist sicher ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ein guter Grund unterzutauchen. Naja, dann warten wir mal ab, wie die Geschichte sich weiterentwickelt. Kenny wird auf jeden Fall nicht freundlich auf uns reagieren. Hey, das kann ein Problem geben. Ich empfange eine Menge der Rede. Über Raymonds Kenny. Das ist seltsam. Ich dachte, der wäre ein Jahr nicht aufgetaucht. Wir haben wohl jemanden alarmiert, als ich Raymonds Signal entdeckte. Na, dann werden wir also erwartet. Okay. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Scheiße, wie lange dauert das noch? Die zicken jemanden runter. Ein Techniker, schätze ich. Ich glaube, die wollen was von den Computern. So ein lahmer Auftrag. Sehe die Zicken bei der Bezahlung rum. Mein Preis renke ich nicht. Was für eine Müllkippe. Okay. Das wird auf jeden Fall nicht einfach werden, glaube ich. Sehr gut. Gut, da haben wir doch schon mal einen. Da haben wir den nächsten. Das ist mit einer Kamera verbunden, der eine. Die schnappen wir uns auf jeden Fall alle Male. Nur um sicher zu gehen, dass wir nicht erwischt werden. Sonst wird es wieder lautstark. Und darauf habe ich eigentlich weniger Lust. Hältet die und auf jeden Fall nicht. Halt er die gave. Also die Auf41k wie groß weißt. Es istía die Gäste. Hey. Okay, zielen. Sehr gut. Okay, Leute. Das lief schon mal nicht schlecht. Hier sind noch mehr. Sehr gut. Scheiße. Jemand ist an uns dran. Machen wir lieber schnell. Wonach suche ich? Verbinde mich mit dem Computer. Ich starte dann die Suche auf dem Bunker. Okay, mit dem Computer verbinden. Das kriegen wir hin. Kein Problem. Vor allen Dingen ist dieser Ort hier stillgelegt. Das wundert mich so ein bisschen. Hoffentlich finden wir das, was wir brauchen. Die Außenrum. Den holen wir uns. Ich weiß, du bist da irgendwo. Holla, die Waldfee. Was denn? Hä? Los, Leute. Die kriegen wir ja wohl. Aber nur mit den feinsten Waffen. Aua, aua, aua. Fuck. Fuck. So, die Verbindung ist unterbrochen, leider. Okay. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir die hier ganz cool erledigen können. Zack, den haben wir. Den kriegen wir auch noch, oder? Kriegen wir ihn? Ist er weg? Tatsache. Ist abgehauen, die Sau. Das ist eine feige Ratte. Ist aber nicht schlimm. Okay. Mach's dir nicht schwerer als nötig und komm raus, okay? Wow, 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 wow. So, sehr gut. Vorsichtig zielen. Perfekt. Den anderen auch noch. Getroffen. Sehr gut. Und den kriegen wir auch noch. Den einen Hajo-Peil, der da wegläuft. Ich sag mal, wo sind die denn alle hin? Das ist aber nett von ihm, oder? Na, komm her. Sehr gut. Eieieiei. Fuck, Granate. Granate. Fuck. Oh mein Gott. Sind die denn alle bescheuert? Sehr gut, den haben wir auch bekommen. Okay. Fuck. Fuck. Fuck, hä? Oh, hua. Ist gar nicht so einfach, die Mission. Vor allen Dingen, weil die Soldaten sich hier relativ gut verstecken. Fuck, 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 fuck. Warum treffen sie mich? Komm raus. Sehr gut. Den haben wir. Den treffen wir von hier aus nicht. Aber von hier aus. Na, komm, zeig deinen Kopf. Sehr gut. Oh, fuck, hä. Oh, fuck, hä. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Komm her. Da ist er. Sehr gut.